Hi, hier ist Mr. Laguiole. Heute mit einem Laguiole Pitch Video über die Sonderedition Joel 20 von der Schmiede Goyon Chazot. Es geht um ein Tier-Taschenmesser mit einem Giraffenknochengriff mit der Maschklinge und das Haus Piru als Kilo-Schlage auf dem Rücken. Ein sehr schönes Taschenmesser. Laguiole Pitch Videos sind Videos, wo ich ganz schnell rede und ganz schnell ein Taschenmesser vorstellen mit ganz knappen Informationen, damit du ganz schnell an deinem Ziel kommst, das Messer 3-dimensional zu sehen. Kommen wir gleich dazu. Es handelt sich hier um das Tier-Taschenmesser von Goyon Chazot Edition Joel 20. Es hat das Haus Piru. Schauen wir uns noch mal kurz an. Hier das Haus Piru Stadt der Biene und das Haus Piru ist das Wahrzeichen der Stadt Thiers. Die Schmiede Goyon Chazot ist die einzige Schmiede, die dieses Taschenmesser mit einem Haus Piru versehen kann. Das ist auch deren Markenzeichen. Eine sehr schöne Gilo-Schlage mit einer Platine. Sehr schön auch diese gemacht. Wir haben hier den Griff aus Giraffenknochen. Das ist echter Giraffenknochen, nicht gemahlener Knochen, sondern wirklich echter Giraffenknochen. Teilweise ein bisschen eingefärbt. Die Giraffenknochen lassen sie sehr gut einfärben und eine wirklich tolle Ballbach Damasklinge, rostfrei. Sieht sehr schön aus. Das Taschenmesser kostet 1118 Euro, hat ein Gewicht von 113 Euro, äh 13 Gramm. Das lässt sich gut öffnen und schließen. Sehr, sehr schönes Messer. Es fühlt sich sehr gut in der Hand mit 113 Gramm. Also alles in einem. Wirklich ein fantastisches Taschenmesser von der Schmiede Goyon Chazot. Eine kleine Schmiede nur mit vier Mitarbeitern, ein Familienbetrieb. Bis demnächst mal. Bis zum nächsten Mal. Herr Mr. Laguol. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.